Herzlich Willkommen zu Call of Duty Advanced Warfare News. Ja, wir befinden uns trotzdem in Ghosts, aber ich habe gerade etwas gelesen und da musste ich jetzt auch mal nachschauen. Und das stimmt wirklich. Und zwar gibt es hier auf der Map Showtime, die ist ja jetzt vor kurzem rausgekommen im Nemesis DLC, gibt es hier ein Bild. Ja, okay. Viele würden jetzt sagen, ich renne jetzt hier einfach vorbei, gucke mir nie die Gegend an. Aber, nachdem ich die News gesehen habe, habe ich mir das Bild auch mal angeguckt. Und Tatsache, das ist die neue Map Retreat aus Call of Duty Advanced Warfare. Einfach nur genial, dass die hier so ein Bild reingemacht haben. The Beauty of the Orient Reimagined. Geil. Das ist einfach nur genial hier. Resort Retreat steht zwar hier nirgendwo, Aber, das ist eindeutig. Das ist, es ist die Map. Krass, ey. Dass die da so ein kleines Easter Egg oder so ein Secret hier rein prügeln. Das ist echt genial irgendwie. Vielleicht gab es auf den anderen Maps auch solche Dinge und niemand hat es irgendwie gesehen. Hm, das ist alles schon ziemlich witzig eigentlich. Also, ich finde das eine richtig geniale Idee. Ich liebe Easter Eggs oder Secrets in Spielen. Das ist einfach nur witzig. Das ist, keine Ahnung, das ist immer mal wieder so eine witzige Minute, die man dadurch bekommt. Und ja, wenn das Easter Egg oder das Secret dir ein Lächeln ins Gesicht zaubert, dann hat es doch eigentlich seine Aufgabe erfüllt, würde ich doch mal sagen. Ja, das wär's dann auch schon wieder zu diesem Video gewesen. Schreibt auf jeden Fall eure Meinung in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch auch eine positive Bewertung da. Ich würde mich extrem freuen. Und ja, wir sehen uns irgendwann auf dieser Map. Ciao.